Eine AWP hier für Kaze macht da auch gut schon mal den ersten Kill. Da versuchen sie es mit dem Runboost und das mit Erfolg. Was war das denn mit dem Runboost von Yannis? Und da kommt der Double Kill rein hier gegen Hitman und Marcus. Was war das denn hier für eine starke Runde, für ein starker Move von Eyeball Powder? Das war Surprise Moments 2000. Holy Sh**, das war stark.